Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei RimWorld. Wir machen weiter und beginnen die Folge, indem wir Skala eine tolle Mutation geben. Du läufst da jetzt hin. Ja, wir werden jetzt anfangen hier ein paar Mutationen zu machen. Hoffen, dass es eine gute ist. Fleisch Tentakel. Genau, die wollen wir haben. Und wenn wir sie das nächste mal hier mit kopieren, wird das glaube ich auch übernommen, weil das überträgt, soweit ich weiß, organische Sachen. Und meiner Meinung nach hört sich so ein Fleisch Ding ziemlich organisch an, was meinst du für mich? Der schaut mich nur verwirrt an. Der hat keine Ahnung, von was ich rede. Solange es nicht um Sonnenblumensamen gibt, hat er sowieso nicht so viel Ahnung, von was man redet. Ja, Sonnenblumensamen hat er jetzt gehört. Jetzt habt ihr hier auch Licht. I am a merciful God. Gebe ich dir einfach wieder Licht. Weicher Sand. Das ist ja alles weicher Sand. Überfallweier. Was? Oh nein, die landen hier. Sissi, bewaffne dich mal mit dem Sturmgewehr hier. Wo landen? Landen die so einzeln? Komm hier hin. Du kommst hier hin. Oh, stimmt. Das ist diese Dinger, die auch manchmal Schweine mitbringen. Kopfschuss. Sissi, komm hier hin. Du kommst hier hin. Fliehen? Das ist eine schnelle Flucht. So, du gehst dich heilen. Du sorgst dafür, dass die nicht irgendwas kaputt macht noch beim Rausrennen. Der? Der. Du willst. Du willst machen das. Gut. Es war alles an Griff? Ich habe wirklich mehr erwartet. Williom. Du behandelst Barry. Und du reinigst die Krankenstation. Oh. Zero, Biro, Fretti. Ah, von denen werden welche gebaut. Okay. Williom. Handel. Handel, Williom. Ich habe doch Silber. Ich habe doch Silber. Warum wird das mir nicht? Ah, ich kann das Luziferium loswerden. Nice. Was kann ich hier noch verkaufen? Blutlicht. Blutlicht hätte ich gerne. Kann man hier nur kaufen? Wahrscheinlich. So. Die verkaufe ich mal nicht. Akzeptieren. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich habe doch Silber. Ich hatte doch Silber. Wo ist mein Silber hin? Ah. So. Die hatten doch irgendwas mit Licht. Naja. Das Silber wird hier draußen hingetragen. Aha. Silber. Gold. Alles da rein. Gut. Und jetzt schauen wir mal, ob sie das andere Ding bekommt. Oh. Nahkampf. Nahkampf. Nicht schießen. Nein. Äh. Nahkampf. Nahkampf. Schlag die K.O. Okay. Jetzt werden Williom angegriffen. Und reparier dieses Geschütz. Kannst du K.O. Kannst du K.O. gehen? Oh. Oder doch nur, dass du K.O. gehst. K.O. Oh. 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 das jetzt, dass hier wieder geht. 15 Tage. Und 30 Tage. wir haben noch drei drei splitter ok das heißt wir brauchen nur bio freddy und sobald das hier fertig ist werden wir uns auch noch mehr bio freddy holen ja vögelchen schön ist alle mein ähnchen weißt du was bist du für einer wenn ich jetzt eben er legt mir nicht mal eier du warst mein verjüngerer okay pflanzen fernkampf dann muss standhaft fernkampf du wirst ein guter kämpfer für uns sein apropos guter kämpfer sollte ich dir vielleicht eine andere waffe geben macht das einen unterschied wenn das sturmgewehr angeschlagen ist glaube nicht ja wir brauchen halt immer noch viele pflanzer was notsignal nein kein notsignal ach sie wurde schon hier wurde schon geschlachtet ich wollte gerade schauen ob sie das extra körperteil auch hat an der linken schulter aber anscheinend weiß ich nicht so machen wir das mach mal das hier dahinter noch was da geht es weiter goddammit liegen hier einfach vier bauteile rum pack die mal weg danke und wir ignorieren einfach dass das hier draußen liegt tun wir das ja und das alles schön wegtragen dann muss ich ja auch mal den boden drauf legen ich habe hier nicht genug bio fretti leider 15 32 nicht genug um einen zu holen so und dann bohrt das hier ab teilen ach du machst die schafe ja stimmt haustiere das ist ja max weiblich erwachsene 2 wir haben doch mehr als 2 ist bei tiere nicht schlachten mit drin scheren trainieren doch schlachten ist auch drin aber du brauchst halt so ewig zum scheren dass du da nicht hinterher kommst kann das sein ich glaube das ist so vielleicht wenn wir irgendwann mal so einen guten wookie finden der hohe tiere hat holen wir den einfach nur weil der tiere hat tiefe gedanken mit karmikal okay da geht es noch weiter ich möchte dass das da aufhört so und das kann ich da drüber machen aber geht runter und wir kehren und die statuen und für die statuen haben wir dich nein für die statuen haben wir dich stimmt äh bio fretti wie viele haben wir noch drei insgesamt sechs oh dann doch nicht gut ja aber du hattest als erstes feldarbeit gell feldarbeit ja und als nächstes erst kunst hm wie werde ich dieses insektenfleisch wenn du es einfach verbrennen aufgabe und verbrennen doch nicht wie zerstört man denn am besten nahrung wenn sie einfach nach draußen legen und sie zerfällt der feld bestimmt ziemlich schnell aber sonst aber sonst ja ja äh 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 fritsch als verbieten außer Insekten Fleisch ja ja hat das jetzt ja auch kritisch schon kritisch aber es wird nicht getragen ahaha sie trägt lieber anderes aber noch ein bisschen sandstein um das hier füllen könnte das hier mit sandst- äh mit stahl füllen wir könnten stahl als füllung benutzen ja trag mal das weg ganz schnell 15 tage dauert noch ein bisschen 1,7 tage dauert noch 1,7 tage dauert noch haben wir ja irgendwann ein bisschen anlocken diese körperteile irgendwie selber produzieren kann die animation aber da ist ein bisschen seltsam seltsam äh so ja ich glaube den zerstöre ich möchte nicht dass der meinen leuten irgendwelche seltsamen organe gibt dass sie voll mit seltsamen organen macht die ganze zeit ja ich glaube ich mag meine stahlfüllung ja ich glaube ich mag meine stahlfüllung das ist das ist das ist gefühlt habe ich das so sie machen eine einzige aufgabe dann legen sie sich wieder hin da haben die irgendwann mal diesen zeitplan genervt hat er diesen zeitplan doch auch schon in meiner äh in meiner letzten rimworld kampagne jetzt jetzt play stimmung zu niedrig stark verschmutzt ist wenn wir dann kann ich dann durch ich habe dass so es in ich könnte statt diese betten zu bauen das dahin versetzen und hier noch ein paar dann hier einen pokertisch hinsetzen aber nicht dass wir sowieso so viele gefangenen je haben werden und wenn dann machen wir ein paar von ihnen schnell zu organen ja und dann exzellent ja sitzen es um weil ich es euch aufgetragen habe dass hier das dass ihr er baut naja sobald sie mit dem bauen fertig sind machen sie halt das andere zeug nicht ich hätte schon sachen lieber schnell gebaut als die rohstoffe haben um sie danach schnell zu bauen hier drüber laufen könnte diesen stuhl hier versetzen und er ist exzellent machen wir da den exzellenten stuhl hin dann setzen wir das nach da hinten und machen hier einen billiardtisch aus stahl rein hier hin i guess transport kapsel absturz oh intelligenz wir brauchen noch ein intelligenz nichts was wir da wirklich brauchen kunst wäre etwas interessant aber nein ja ja und das dahin du machst das dahin und danach baust du das und vielleicht sollte ich hier auch noch regale rein machen für die bücher ich mache hier ein paar regale rein schlurfer nähern sich sind das alles schlurfer? ja dann machen wir die doch mal machen dass wir wenigstens einen davon einfangen können und hier rein transportieren los kämpfer herriger musste sehr langsam in dem kleinen c wirklich ein linker c macht so viel aus allgebrechlichkeit so bisschen kiten nicht barry, barry ist der langsamste hier sind wir verrotten das heißt ich kann da nicht mal fleisch rausholen schade weg ich könnte die abhacken für fleisch ich brauche noch das holz ja wir haben nicht genug holz was hast du jetzt abbekommen ein fleischmagen wo kommt das her ich bemerkte sie haben plötzlich energie entstieg lego an wurde verwandelt und halten das ist problematisch ist das so 2.4 tage könnte nach da unten kiten handelt den mal dass er so schnell wie möglich wieder kampf bereit ist dann greifen wir das an im moment macht es mir ja noch nichts aus und es produziert ja nur zeug wenn sie kommen hier zu verteidigen sogar besser ich steig den reiß weg und die ganze medizin auch wieder ein träger inhalt auswerfen inhalt auswerfen das buff das ist ja wirklich richtig stark die vier und die sind relativ einfach zu machen ok die splitter bekommt man nicht so schnell dann kommt man ja ok mit ritualen kann man die vielleicht bekommen wenn man schlurfarbeit holt fernkampf 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 beim mentalen break fernkampf 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 so und dann brauche ich da auch etwas licht so perfekt und erlaufen sie aber da ist da auch so ein mechknoten rufen doch mehr dahin bei oder nein okay dann hier ist auch ein schild generator hätte ich ja fast so ein raid gerne ein schlurfer raid okay leere provozieren macht irgendeine anomalie hätte gerne ein näherungsdetektor so dann setzen wir das da hin kann ich irgendwie ein raid provozieren wenn ich giftenmüll auf die abwerfe und insekten klagen buch der korruption das ist metallblues darum das ist metallblues darum ich habe keine insekten kolonieren wenn ich ehrlich bin so hängen wir hier auch noch ein bisschen mit tor lang für spätere sachen und hier kommt neutral rein und unsere leute tragen es wird zwar gerade nichts anderes gemacht aber es tragen doch es wird anders gemacht selbst wenn ich denen das auf einsätze machen tragen sie nicht den reis rein warum nicht es wird hier reingetragen goddammit blood und müncher 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 ich erinnere mich ich erinnere mich euch ist es egal dass es hier so hässlich ist nicht ihr seid hier eben gerne gefangen ihr wollt ja gar nicht mehr raus ich möchte mal sehen dass was getragen wird da wird was getragen aber ich sehe du bist sowieso unsere trägerin ich meine von den anderen die die bauen lieber als zu tragen ich habe doch transport auf 1 gesagt höchste priorität wenn ich alles andere auf 2 setzt sollte das mal probieren wieso kochen ist wichtig das auf 1 zu halten gut also was die sind fertig und der Rest muss kommen wir müssen auf die Lame Ente Berry warten Lame Ente Berry oh ein Schild ha stimmt das hatte ich vergessen Sissi renn Sissi renn Sissi hier hin Baby ok ich ein bisschen nach vorne wer von euch ist nicht am bluten ihr seid alle am bluten oh ich habe gerade gesehen wie du rennst nenne ne 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 die sind alle an fallen gestorben ok Berry 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 helly Berry hatte ihr irgendwer von euch noch ein bisschen eh Körper Arbeit. So. Behandel dich selbst. Behandel dich selbst. Behandel dich selbst. Behandel dich selbst. With America, renn dir entgegen. Wache von... was? So, schieße ich mal durch die Wand. Und hier kommt jetzt auch hierher. Behandel ohne Medizin. Können wir das zerstören? Schneller. Gut. Und jetzt das hier. Geh hier hin. Kannst du dich dahinter verstecken? Okay. Barry, renn. So, und du scheinst dich wieder selbst verteilen zu müssen. Sen, rennt. Ohne Medizin. Oh. Die Explosion hätte nach hinten gehen können. Ich schätze, ihr könnt gehen. So. Wandelst du dich noch fertig. Wandelst du dich auch noch fertig. So. Gut. Das ist alles, was ich möchte, dass ihr wenigstens eure Blutung stoppt. Damit das hier besiegt. Und wisst ihr was? Bin die heutige Folge hier. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr euch hat Spaß, falls ihr Spaß habt, dann lasst ein Like und das Kommentar da. Ich kümmere mich jetzt um dieses kleine Vögelchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.